...wohnungen umzuwanderen. Es gab damals... Wir sind hier, weil da drüben im Haus Nummer Stühlerstraße 4 die Pfaltstadt Vermögensverwaltungs-AG sitzt. Und diese Verwaltungs-AG möchte gerne Julia Tschengis aus ihrer Wohnung schmeißen. Und zwar, um damit Profit zu machen. Ganz einfach. Das ist es halt. Julia, magst du noch was sagen dazu? Ich wollte eigentlich nicht unterbrechen. Ich möchte nur über deine Steuern erzählen. Du hast zwei Worte, wollte ich sagen. Ich verstehe das nicht. Eigentlich die Stadt, Deutschland oder egal welche Stadt es ist, von den Reichen verdient keinen Cent. Sie, ihre Steuern, ihre Geld schweichen entweder die Monaco oder Schweiz. Die Stadt kommt Geld und Steuern von uns, von den armen Leuten, einfacher Arbeiter. Das wollte ich betonen. Warum immer diese Personen, die Stadt... Entschuldige mal für das falsche Wort, aber ich bin Berlinerin. Immer die Stadt bescheißen, das wird befördert. Deswegen sind wir auch hier, weil da drüben in dem Haus die Falschda-Vermögens-Verwaltungs-AG sitzt. Erstmal einen schönen Tag an euch alle. Schön, dass ihr so viele da sind. Also das ist jetzt die Falschda-Vermögens-Verwaltungs-AG. Und denen wünschen wir auch mal einen schönen guten Tag. Guckt doch mal aus dem Fenster. Also diese Vermögens-Verwaltungs-AG, die möchte Frau Cengis aus ihrer Wohnung schmeißen irgendwie, weil sie die gerne in Eigentumswohnungen umwandeln will, um noch mehr Profit zu machen. Wir haben der Verwaltungs-AG einen netten Brief geschrieben, ob sie es sich vielleicht mal anders überlegen will. Weil irgendwie hat es ja genug Kohle irgendwie. Warum braucht es das auch noch? Der Herr Thaler, der Vorstand, hat zum Beispiel vier Schlösser in Brandenburg und in Sachsen. Es reicht ihm doch eigentlich, oder? Und dann dachten wir uns, schreibe ich mal einen Brief, vielleicht wusste er ja gar nicht, um was es geht. Irgendwie haben wir keine Antwort bekommen. Okay, dann ist es halt so, dann müssen wir halt jetzt hier vorbeikommen. Und ja, Nuria, magst du noch was sagen? Ja, schon. Ich bin ein bisschen außer Atem. Aber die Leute würden mal ein bisschen erstaunen. Und mein erstes Mal, bevor ich loslinde, ich werde die Frau Sackmann-Vermögen besonders Herrn Thaler bedanken. Mit seiner, wie heißt das, diese Wort Intrige, hat mir sehr gut geholfen. Durch seine Intrige, ich habe meine Depressionen überwunden. Ich habe so viele Freude gewonnen. Danke, danke, danke. Und dann geht jetzt los. Und es ist ja nicht nur so, dass Nuria ein Einzelfall ist. Die Verdrängung und Vertreibung von Leuten, die schon ewig in ihrem Kiez wohnen, die in den Kiezen verankert sind, die auch ihre Nachbarn haben, die sich verlassen können, die ihnen zur Not helfen, das ist ja ein großes Massenweis ist vom Phänomen. Gerade jetzt, wo die AV-Wohnen wieder mal geändert wurde oder angepasst wurde, wie es so schön heißt, werden noch viele, viele Leute irgendwie aus den Kiezen verdrängt werden. Nämlich alle, die keine Kohle haben, die sollen raus aus der Innenstadt da. Und wie Nuria auch schon gesagt hat, es hat aber auch was Gutes. Wir lernen uns kennen. Wir sind solidarisch miteinander. Wir kämpfen miteinander. Und wir werden es stoppen. Legt nur die Stirn in ernste Falten. Schreckt auch im Bette ungehalten. Und scheuert euch die Augen wach. Blut auf die unerwünschte Störung. Weißt Fenster auf und schreit Empörung. Wir geben nicht nach. Setzt euch nur auf die Geldkassette. Dass Gott die arme Seele rette. Aus Not, Gefahr und Ungemacht. Und ruft nach euren guten Geistern. Nach Polizei und Kerkermeistern. Wir geben nicht nach.